Morgen. Morgen. Nein. 7? Nein. 26? Nee, nix. Hast du die Post, Jenny? Ja, nicht hier drinnen, drüben auf deinem Tisch. Schleifst du denn da? Nee, ist noch nicht da. Vermaßt du deine Zahlen im Kopf? 0815. Oh, die Richtigen. Ah Mensch, Leute. Ja komm, geht doch schnell. Bist du Jenny? Ja. Also, fünf? Ja. Sieben? Ja. Ähm, zwölf? Ja, jetzt noch die 19 oder was? 19. Siehst du schon aus. Weiter, 26? Heine? Heine? Thorsten? Ja. journey Untertitelung des ZDF, 2020